Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. In der dritten Nacht hörst du ihn. Und in der zweiten Nacht siehst du ihn. Und in der dritten Nacht? Nein, in der dritten Nacht vernitt er dich. Vernitt er dich. Du kannst ihn fühlen, nicht wahr? Er windet sich in dich hinein und verdrängt dich. Weil er wie eine Krankheit ist. Und seine Botschaft ist ansteckend. The Empty Man The Empty Man The Empty Man The Empty Man Untertitelung des ZDF, 2020